Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PlugnJ. Wir starten mittendrin in einem Match, wo ich hier gerade mal eben einretzen muss, mit dem Pete und dem Sepp, der hat jetzt Opperbock. Letzte Folge haben wir ja, letzte Battlefield-Folge haben wir ja mit Pete gezockt und haben da hart verkackt. Pete ist Deserteur geworden daraufhin und spielt im Gegnerteam und, äh, gewollt auf jeden Fall. Raining Team Joiner, definitiv. Ja, wir sind eher die Raining Team Joiner, wenn ich mir jetzt so angucke, 600 zu 200. Ah, Joiner, mein Ray, wo ist denn mein Ray? Wow, du bist Stufe 4. Alter, wie wenig hast du, du hast ja noch weniger Battlefield letztlich gezockt. Oh ja. Ja, Battlefield gar nicht so viel gespielt. Ja. Da war er. Und ich find Battlefield lohnt sich halt erst ab zwei, drei Leute und einfach so mal, wie ich das verfangen habe. Keine Ahnung, du hast immer einen miesen Squad und ich, ne, so kannst du wenig zusammen. Ja, stimmt. Ja, den hast du jetzt aufwendig bei dir bin. Wenn du und du drin bist, das ist echt mies. Wenn ich jetzt gekickt werde oder sterbe, weil ich hier gerade einen Punkt erobere, ne, gibt aber Ärger. Oh, ich hab die AN 94 freigeschaltet. Ist die gut, Peter? Die, was? Die AN 94. Nein, die nehmen wir gleich einfach mal. Oh. Ah, Seb macht das schon. Da sind wir. Nice. Da sind wir da aber hier. Mach das auch. So denn? Keine Ahnung von der Seite. Ich hab dich gerecht. Oh, geil. Ich retz dich. Oh, das war cool. So, alles danke. Ja, du bist ja hier mein Team, ey, Junge. Hauptsache erstmal beide gegenseitig heilen. So, guck mal, wir haben sogar einen Squad Leader, der uns sagt, wo wir hin müssen, ey. Das nenne ich mal, ich kommt, äh, kompetent. Also, man hab ich glaube ich nicht. Wobei ich, ich achte da nicht drauf, das ist vielleicht ein Problem. Hat öde, ey, dass du nicht, wir könnten jetzt, ne, einer könnte jetzt darüber wechseln. Was? Wieso bin ich denn da gestorben? Ah, von hinten kam einer. Scheiße. Komm, wir wechseln mal hier auf die AN 94 Blub. Ach, der Seb ist jetzt bei mir im Team, der ist ja nett. Oh, der ist ja schön. Was ist das? Willst du mich verarschen? Komm mal, komm mal in Alpha rein. Jawohl, Seb, so gehört sich da halt. Peter ist ja ganz allein in seinem Squad. Du bist ja voll der Wichser. Oh, wie der da wegfährt, der Wichser. Ja, okay, komm, wir nehmen den anderen Segel. Ja, vielleicht kann ich ja gleich wollen. So, jetzt hab ich ne Granate gewoffen. Schnell, beinig! Ich hab ne Granate gewoffen. Das ist nicht so schlimm, Peter. Guck mal, wie spät die explodiert. Gar nicht. Schiene? Okay, wir nehmen einfach mal das. Ja, hart öde. Da haben mich hier alle verlassen, aber ich mach euch doch auch. Ja, platt hier am Arsch. So, hier. Wo ist der denn da? Komm, chuck dem, join. Go, go. Zack, zack, hier nehmen wir einen und... Was ist denn das für ne Waffe? Das ist ne Dreischusswaffe? Ach du Scheiße. Okay. Mal gucken, wie... Seid noch nicht wegfahren, wir haben ihn noch nicht angenommen. Ja, ich fahr noch ein bisschen vor, damit ich hier so schießen kann. Leute, taten! Ich bin ein Tank. Ah, das war. Taten! Aber die Autos sind nicht cool, die kann ich noch gar nicht. Ihr solltet mal, äh, auf C achten. What? Weil wir kriegen alle voll auf die Fresse. Oh, mach die mal Schaden. Oh. Also nicht, aber das tat weh. Von hinten kommt ein Tank, von hinten kommt ein Tank, von hinten kommt ein Tank. Was sind die denn? Ich bin ruhig down. Ich wurde rausgeschossen. Okay, ich wurde... Kein später. Ach, ich bin so nem komischen Granatwerfer-Wichser. Oh, ah. Marsch. Ich hab auch noch bei mir in meinem Squad den 1. und 2. platzierten von unserem Team. Das ist aber angenehm. Jeder davon ist ein Panzer, falls du Anti-Tankless. Ne, bin ich nicht. Ich bin ein HF. Den hab ich gerade gekillt hat. Oh, ich glaub ich kommt jetzt alle zu F, oder? Ja, komm ich tatsächlich. Ja, werde ich doch mal F verteidigen. Ja, komm mal, ja, Joey. Wir kommen von... Alter, was ist denn das für ein geiles Level? Das kenn ich doch gar nicht. Ich hab so wenig... Oh. Fick dich doch, Peter. Fick dich doch. Ich mach euch alle Platsch. Mach am Arsch. Ich bin Pete Smeet. Ah, das ist ein scheiß Faker, ey. Okay, die ist scheiße. Ah, da sind zwei oben gewesen, Peter. Ich würde hier meinen Standard haben. Go, go. Oh, ich hab keine Munde mehr! Jawoll! Und was will ich am besten? Ja. Kann mir nix dazu. Ich muss hier gerade ganz viele Waffen wechseln und so. Hier sind... Irgendwo lebt hier noch einer. Alter, wo ist denn der Punkt? Da! Au! Au! Das darf doch nicht wahr sein. Haaa, man! Oh nein, ich hab dich gerade ein Tier drin geworben! Oh nein, jetzt fall ich runter! Ohohoho, Schüsse! Letzt platziert. Nein, alles gut. Leckt mich doch am Arsch. Jey ist letzter. Ich bin letzter bei mir im Squad, ja. Spricht aber für meinen Squad, finde ich. Da sind wir schlecht schießen. Äh, nicht für meinen Squad. Ja, ich habe hier halt eine vorgefertigte Klasse, glaube ich. Jetzt muss ich mir hier rechnen. Nice. Ja, nimm mal ein bisschen Leben. Was sind die denn alle? Granate, Peter, gehen wir mit rein. Hui! Alter, ist das ein riesiges, weitläufiges Granate, Granate, Granate. Ja, ist cool. Ich muss sagen, es sieht ziemlich fett aus mit diesem Palast bei vorne. Ja, der ist aber down. Okay. Hier ist keiner. Ich habe fest damit gerechnet, dass hier einer ist. Was? Hier ist gerade einer umgekippt. Wie ist der denn gestorben? Oh, 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 ich kriege Hit. Ich kriege Hit. Ja, aber gerade bei E. Du kriegst Hit? Aber geil. Granate. Alter, dreideligstück war da. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, Leute, das ist Peter. Scheiße. Mach dir Platz, jawohl! Ja, mach dir kaputt, du triff mich wieder. Fuck. Egal, jemand anders hat mich wiedergolt. Ich habe es nicht wiedergolt. Wo seid ihr, wo war das? E-wart hat, ne? Ihr seid E. Ja, E-wart. Alles klar. So, komm, ich komme von der F aus. Das war knapp, ey. Ich kaufe von F euch in der Fall. Oh, Granate. Einfach mal mit der Pistole. Der ist tot, der ist auch tot. Oh, der ist einer! Ich schmeiß' den einfach mal mit Granaten noch mit. Ich bin gerade am Nachladen. Ziemlich treffig ein. Oh, einen habe ich mitgenommen. Oh, noch einer, mein Gott, ey. Wie viel kommen denn da? Ohne Scheiß. Scheiße, soll jetzt mal geplattet. Hauptsache, die mit ihrem dicken MG, ey. Ja, echt mal. Arsch. Das ist jetzt immer so ausgeholt. Wie, wo war das? F oder wat? F war das, ja. Oh, schade. Wie war das E, oder? Sehr gut. Das ist dann direkt daneben. Wird eh gerade sowieso eingeladen? Eh, haben wir gerade erobert. Noch nicht. Naja. Ja, fack eh habe ich gerade ein paar Leute gekocht, aber nicht genug. Aua, Aua! Aber die rett sich gerade alle. Arsch. Wo seid ihr denn jetzt? Down. Ich würde auch gerne wissen, wo ihr seid. Ja, damit ich euch entgegenkommen kann. Ich weiß noch nicht, wo ich spawn. C müssen wir eigentlich spawnen. Aber irgendwas, hey, A müssen wir eigentlich spawnen, weil das gerade übernommen. Ach so, ja gut. Na toll. Dann gehe ich mal wieder zu E. Hey, A gehört uns jetzt wieder. Dann gehen wir zu C. Hui. Fallschirm. Lol. Hier ist ein Tank bei A. Oh, 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 oh. Ah, Jay, hast du deinen Mate? Wieso komme ich da nicht durch? Doch. Welchen Mate? Ich habe keinen Mate verlecken lassen. Natürlich nicht. Haha. Ach, das kommt ja von der Seite. Weißt du. Nee, da bin ich gerade erst gespawnt. Oh Mann, du Arschkick. Jawoll. Ich bin voll am fighten, aber dann kommt der von der Seite. Das ist direkt. Ja. Gesniggert habe ich euch. Euch. C wird gerade eingenommen. Was C wird eingenommen? Von wem denn? Ja, genau. Guck mal, Silly. Okay. Kommt da ist Sepp gerade oben gestorben? Hehehe. Ich gucke doch genau auf den Spawn, wo ich da liege, ey. Wo seid ihr denn? Ich möchte gerade der C. Oh, ja. Oh, okay. Oh mein Gott. Da ist der nächste. Alter, wie du guckst während du schießt. Das ist super geil. Oh, ja. Alter, da hat sich einer gerätzt. Nein! Jetzt habe ich auf den Gleit. Jetzt weiß ich natürlich Sepp. Er weiß, ob ich bin. Ich habe keine Money mehr auf dem Gloll. Du kleine Wichser-Sau, ey. Wir sind voll armen mit dir. Du kriegst noch auf den Sack. Du hast nur Glück gehabt, dass sich einer gerätzt hat, du Arsch. Egal. Das ist nicht zu Ende, Peterchen. Da kommt doch auf einmal so ein Auto. Oh mein Gott, ey. Ich bin so schlecht. Ja, aber die kannst du super geil rausschießen. Müsste ich einfach daneben stellen und den da rausballern durchs Fenster. Ja, aber der hat mich leider Eher gesehen. Eher. Ich mich einfach mal verdrücken. Eher. So, ab F erobern. Oh, das geht. Nein! Die sind jetzt auf einmal C4, aber aah. Ich wollte gerade spawnen ohne Scheiß. Da habe ich ja nur mal Glück gehabt, ey. Was war das denn? Ich stehe da schon ne halbe Minute und nimm da ein. Uiuiuiui. Aua, 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 aua. Oh, ich geh mal wieder auf. Ah, scheiße. Ab wurde eingenommen. Shitty fuck. Oh, gerade D. So, ähm. Oh, bei F ist der ein oder andere. Ja. F wird gerade hart, aber non. Scheiße, wir haben gerade das Einsatzschirm verloren. Loll. Alter. Aber dann für den Sprung. Alter, wieso sind denn hier so viele? Scheiße. Kacke. Ist tot. Ah, Mann. Mist. Rischka hat mich getötet. Alter, langsam bin ich hier Eher, Robert. Hab ich das Gefühl. Keine Ahnung, ich bin im deutschen Server gejoint. Rischka, Dimitri. Hallo. Was ist denn da, den Gegner? Ich tu ein kleiner Pisser. Wollen wir uns mal E holen, wa? Wollen wir uns mal F holen, wa? Wollen wir uns mal F holen, wa? Ha, sprich der genau in meine G-Mail. Du weißt, dass die von rechts über die Treppe kommen können, ne? Ja. Ja. Ich kill hier einfach durchgehend, Leute. Oh, das ist ein Gegner. Hehehehe. Leute, das ist ein Team-Mate. Alles klar. Alles easy. Jetzt kommt ja die Treppe hoch, wenn ich hier rum will. Boah. Boah. Fuck. Ich hab hier ein Haar im Gesicht. Das geht mir halt auf den Sack. Du hast doch ein Haar im Gesicht. Ja, ich hab mich heute nicht rasiert. Haha. Nein. Wie so ein Haar. Ich hab Haarausfall. Sieht man doch bei mir. Oh Gott. Peter jumpt wieder. Ja. Wo haben die denn her, Alter, jetzt? Keine Ahnung. Ich bin sneaky mit dem Mission hier gerade. Ja. Oh, Johnny Face hat mich gekillt. Hammer geiler Name. Hahaha. Scheiße, ey. So, was sind denn hier die anderen Bobbys? Verdammt, das kann ich nicht mehr gucken, welchen Platz ihr seid. Was? Wieso nicht? Ich wollte gerade gucken, wenn ich jetzt... Ah, was? Lol. Alter, der hat mich gerade fast ein Panzerblatt gefahren. Okay. Ah, wie voll gepennt. Den lassen wir mal geprost hinter uns. Ksssssss. Das ist nicht mein Level 100. Goldstar. Alter. Hihihihi. Haha. Hab ich dem Ding geklaut. Wie kann ich denn jetzt auf zwei... Ah, ja. Wie bin ich denn jetzt? Oh, oh, oh. Aua. Scheiße. Kacke. Willst du einnehmen, Joe? Nee. Ja, ich war gerade in dem Auto, was irgendwie einer repariert hat. Da bin ich schnell reingegangen. Um dem das zu klauen. Hab ich schon da hinten beschossen, ist klar. Ja, genau! Shit. Also ja, ich habe kein Platz mehr. Hahahaha. Peter. Erwischt. Jetzt aber auch ungefähr. Ah, echt mal, ich konnte mich überhaupt nicht mehr wehren. Ja. Das ist meist so, wenn du mich siehst. Läuft! Ich bisch doch. Alter. Echt, du hörst das die ganze Zeit scheiße. Dann hört man wahrscheinlich bei mir auf. Mane, die sind ja nicht mehr gestorben durch meine... Das ist der Controller. Jetzt geht die Playstation zwar an. Maketenwerfer machen nicht, äh, Lernschirm aus. Eigentlich schon. Oh, oh, oh! Jetzt hab ich dir, glaub ich, in den Arsch geschossen. Hast du allerdings. Warst du gerade bei F? Ja. Scheiße, musste ich danach nachladen. Kacke. Okay, wir erobern mal D besser. Ja, D. Die sind übrigens auch bei E bei uns, die kleinen Arschkekse. Nee, nicht D. Ich will E. Wo ist das am Blenden hier wieder? Wer mit den Septemnummern? Nein! Ich wurde gesniped. Ja, sehr gut. War geil. Okay. Machen wir noch ein bisschen was, ne? Ja, wir sehen, Jay ist Noob. Wir stehen wie in Jason. Komm schon, 13. Platz da. Aber wir haben verloren, Peter. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ja, aber als wir gejoint sind, hatten wir auch schon, was weiß ich, wie viele hundert Tickets weniger. Ich hab ja auch kein vernünftiges Team-Mate hier. Gut, nur die beiden besten vom Team. Am Fall ist auch egal. Scheiße, die sind uns gerade gelieft. Ähm, ich muss mal hier die Playstation ausmachen. Hier, Sepp als Achter, ich als Vierter und Jay als Neunter. Okay, wir sind gerade aber echt ein paar Leute geliebt. Nein! Ich glaub, ich war grad noch nicht mal in der Liste direkt zu sehen. Ja, jetzt bin ich auch schon Achter. Ja, gar nicht mehr 13. Wir haben voll die Pornoping, ohne Scheiß. Wobei, ja, hab ich auch schon gesehen, ne? Beide irgendwie eine Ping von 8 oder was. 12 und 14. Ja, ich glaub auch. Eroberung, Markkarts, Monolith. Aha, okay. Kann ich auch nicht. Ja, sagt mir alles nix. Sagt mir jetzt sowas von gar nix, das ist echt traurig. Ja, ist echt traurig, dass wir so wenig von dem geilen Spiel gespielt haben. Ist echt so. So, kann ich jetzt irgendwie euch joinen oder sowas? Ihr seid jetzt wieder drüben, komm, Team wechseln. Du darfst nicht wechseln. Boah, ich will nicht. Ich bin im Auto, ja. On the way, obendrauf. Ohne Scheiß, ich kenn die mehr echt nicht. Alter, jetzt sind dahinten, bei denen auch noch einer mehr. Ist doch kacke, tschüss. Warum ist gerade einer mehr? Ich warte gerade, ich versuche jetzt gerade noch mal ein bisschen hier rüber zu joinen. Ist grad sehr spannend. Boah, Peter, du fährst ja wie meine Oma, ey. Ohne Scheiß, ey. Kurve fahren kann er noch nicht wahr. Boah, jetzt darf ich nicht rüber wechseln am Arsch. Du darfst nicht schon fixen. Kann man Team-Schaden an? Ich glaube nicht. Ja, dann spiele ich ja wieder einen auf Alleingang. Komm, jawohl, Peter. Komm, ich mach dir mal den Weg frei. Volksbanken, Reifeisenbanken hier. Da ist er, 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 da ist er. Egal. Äh. Wer spielt der denn? Da, E, komm, schmeiß mich über E ab, Kollege. Jaaa. Hier war da gerade noch einer. Ui. Aua. Ach, jetzt ist eh erobert ne Hammer. Ach komm. Ach, komm. Ach, schon wir damals schon zwei Punkte erobert. Ja, über uns ist allerdings ein Gegner schon hier. Ohne wird ein richtig hart gefistet. Aussteigen würde ich sagen. Boah, das kotzt mich hart an, dass ich nicht zu euch kann, ey. Ich versuche schon mal da rauszuschießen aus dem Handy. Ja. Also ich bin weggerannt, ne? Naja, ich bin jetzt auch weg. Guck mal hinterher. C oder A? C oder A? D. Genau, D ist die richtige Antwort. Sicherlich. Angriff ist die beste Verteidigung, Junge. Ich wüsste doch, dass da irgendwo einer ist. Scheiße. Mist. Na gut, D uns. Noch nicht. Sofort. Alter, ey. Hammergeil, wie wir am verkacken sind gerade. Nur weil der Lutz da weg ist, oder wie der hieß. Ich bin das gut wieder. Ich kann hier Sachen machen. Sehr gut. Aber ich auch. Oh, ich wurde gesnickert vom Heli. Oh. Aber, 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 nein, Dresden hat mich getötet. Hast du mich getötet? Nein, weiß das nicht. Nein, weiß das nicht. Nein, wer hat mich getötet? Ich kann dich gar nicht getötet. Ich kann dich gar nicht getötet. Redzen. Redzen, ich bin Anti-Tank. Ich kann dich nicht retzen. Hä? Ach so. Ach da, um die Ecke direkt. Du kleiner Pisser. Du behinderter Camperpisser. Ne, du bist ein Kollege. Äh, da. Okay, dann regnen wir dich. Jetzt, ich helfe dir mal mit einer Pistole. Kannst du mich holen wieder? Oder bist du jetzt auch nicht mehr, äh, mit dem Boot? Hey, Little Bird. War mal geil, wie ich hab. Ey, Sepp. Hm? Bist gestorben? Scheiße, ich komm ja nicht rüber. Komm ich denn hier weiter? Ich hab mich verlaufen in irgendeinem scheiß Haus. Ach, die Web kann ich doch. Natürlich, das Ding in der Mitte. Mit wird für einem Ding in der Mitte? Ja, das Haus in der Mitte, was man einnehmen kann. Ach so. Peter, flieg mal bitte über einem Hochhaus. Ach so, dann kann ich mal über das hier. Ja, danke. So, jetzt hier Kraftwerk erobern. Go, go. Alter, der Little Bird ist über mir. Bist du das, Peter? Ja. Pfuh. Hau ab! Aua! Geh ich leider nicht. Du bist nicht markiert. Ein bisschen Probleme hier, wirst du sehen. Ich war genau auf der D-Flagge. Oder an der D-Flagge. Ah, Mann, ey. Leute. Alter, das ist nicht gut, wo ich hier gejumped bin. Wann kann ich hier abspringen? Aua, aua, aua. Hä, wovon krieg ich denn damage jetzt hier? Holy fuck! Wer hinter dir ist. Oh. Leck mich. Oh, nice. Wiederbelebt worden. Juhu. Oh. Sehr gut. I think. I think. Wann da? Ach, scheiße. Da kommt die andere da um die Elke. Mist. Ja, genau. Das ist natürlich kackiges alles. So, hier kommen wir nochmal. Team wechseln, ich will zu euch. Du darfst nicht so oft wechseln. fahrzeug zerstört das ist doch hart öde das hat schlecht ja ich würde gerne mit einem squat spielen mit dem man auch leben kann neben kann mit dem man auch reden kann ausgehen von hinten sneaky ich die gegner hier einfach nie sehe das ist unglaublich ja da ist der typ gestorben das ist ja gar nicht von hinten sneaky sehr vorne sneaky scheiße nein man kann ich nicht wahr sein aber auch scheiße team wechseln die ganzen buch ist hier vorne wir haben noch zwei wo bist du denn da auch da habe ich dich abgesetzt wahrscheinlich ja hier würde ich nicht das ist jetzt für den bach okay da bin ich irgendwie nach vorne konnte teleportieren hast du den heli schützen daraus geschossen ist das denn einfach mal darauf gehalten bumm dort kommt in die sport die spornbuck ist ja voll für den arsch er ist doch einer so kann ich eben nicht join lol wieso kann ich dem einen denn den quarkfrosch arsch nicht join der jungen doch gerade ziel da jetzt so hoch das ist definitiv nicht c scheiße hat erobert a finde ich aber nicht in ordnung alter mann dieser little bird fucker ist das ein pisser ein feindlicher panzer wurde hier im gebiet gesichtet unterwegs krieg ein paar punkte fürs sporn das ist doch echt eine behinderte scheiße hier gerade soll jetzt hier ja wohl jetzt mal ein paar pünktchen jetzt will ich hier endlich die scheiße habe ich gemacht noch nicht von dem dachten granate runtergebrochen ich habe ohne scheiß in so einer stadt jemals aussehen würde im krieg ohne scheiß ist dann immer aufgebaut die haben alle neue lache das ist das denn für ein name bräuler keuler ich will joinen vielleicht schafft er es jetzt endlich mal fucking d zu erobern ey ich komme da gar nicht hin jetzt werde ich sterben baustelle ist aber überrannt gummi ach komm er ist jetzt zweit in der ecke rumschall ich bin auch bei einem haus ich bin auch bei einem haus ich weiß aua aua uu das war knapp die granate die granate wir sind zu viele bei A ich will erobern gerade D maaan Wann hat er mich denn gesehen, der Arsch. Ah, shit. Urug. Urug, du stinker. Warnwaping, fucker. Fuck. Nicht richtig. Komm, Idee, verteidigen und dann ab na e. Äh. Ach, hinter mir, ohne Scheiß. Enten ist doch einer. Er will doch bestimmt die erobern jetzt, der Penner. Was ist der denn? Loll. Loll, und dann kommt noch wieder einer. Mann. Shit. Jetzt kriegen wir aber auch im Sack hier gerade. Ja, mittlerweile haben sie uns echt überrannt. Haha. Scheiße, jetzt ist der erobert. Loll, ist das denn da hinten irgendwo am Arsch so ein Sniper? Oh, ey, ist ja voll unwitz. Und überrannt ist der wohl auch ein Witz. Opa, nehmen wir mal C ein hier. Oh, ey. Ja. Genau. Wo ist der denn? Shit, ey. So zum Kutzen. Oh, oh. Ja, weil, da kann ich nicht mehr leben. Kutzen, bitte? Ja. So, jetzt hier ab, na, eh. Was sind denn die Arschkampen? Opa, gib Gas, ich will davon noch Punkte haben. Gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Yes. So, und danach D, bitte. D. Gucken, wo er denn hinfährt hier jetzt. Was ist denn hier von vorn und was ist hinten? Moment. Hä? Achso. Was? Captain Dog Tank, wow. Weshalb, wo stehst du denn da? Wir müssen hier Punkte einnehmen. Ja, da vorne ist er mit dem Sniper. Wie fährt er denn lang? Oh, Gegner. Oh, mach ich dem überhaupt Schaden? Oh, das ist ja super. Scheiß Panzer. Oh, Mann. Der hat uns frisch gemacht. Und zwar hart. Der ist auch tot. Nein, jetzt sterb ich. Ey, erobert B, oder was? Kann das sein? Hätte ich persönlich jetzt nichts gegen. Bin sehr nah dran. Aber da kämpft einer fies und ich habe keine Granate mehr. Wo denn? Scheiße. Diese Frage stelle ich mich auch so häufig. Das ist schlimm, ja. Gut, ist halt bei so einem Massengeam, ne? Ja, das stimmt. Der B wird eingenommen, das heißt, der Typ muss natürlich... Hammer A und E nur noch. Nein, jetzt habt ihr A erobert. Ahaha, mit der Pistole im Nahkampf. Na geil, aber wir nehmen gerade den. Das finde ich gut. Dann wollen wir mal D erobern. Ja, mal einer damit. Gummib. Was? Den habe ich nicht getötet. Oh, oh, oh. Alter. Leck mich doch. Fitt. Leck mich doch. Ich hasse Sniper. Ich hasse, hasse, hasse sie. Immer man so ein Mensch strich durch die Rechnung. Ich glaube, das ist ein echt für ein Arsch. Ich glaube, selbst spielt es noch einfach. Ja, selbst spielt es noch einfach, ja. Aber immerhin ist er positiv. Noch mehr Kills mit der Diskurler? Das ist gut. Ja, ist trotzdem eigentlich unnütz. Ja, finde ich persönlich auch. Da ist Peter, und da ist Peter Turut. Nein. Aber nicht durch mich. Sei froh. Ich T-Back dich aber mal eben. Ja, T-Back mich mal. Ich war da ganz alleine bei dem Punkt, ey. Mein Squad ist für ein Arsch. Sei mal auf den Sniper und vernünftig, ich komme an Teamküttel zu spielen. Komm mal lieber rüber. Na, geht nicht. Guck mal, drück mal Tab und guck mal, wer auf Nummer 1 ist. Okay, mit einer verdammt schlechten Karte. Aber ich erhobe auch nur die ganze Zeit Pünktchen. Der ist ja auch so vertreten. Ach, komm. Ach, komm, da rum. Was ist denn jetzt hier auf einmal? Geil. Ich war so oben gechillt. Auf irgendeinem Haus. Oh mein Gott. Oh. Ja. Panzer gegen J. Panzer 1. J 0. Alter, jetzt haben wir nur noch Arsch. Mein Squad macht, was ich will. Mein Squad holt E. Das ist gut. Oh, ich sehe auch Scepter. Sehr gut. Leck, Mensch. Hallo, ich bin pro Team. Ich muss ja ja was anderes machen. Squad, die. Wieso werde ich hier von hinten abgeschossen? Boah, dieses Spiel war manchmal richtig. Ich bin einfach noch. nur ein Scherz. Der kann ja mal richtig krass gut spielen. Hier gerade einer mit dem Auto reingefahren. Das war nicht tot. Ja, dachte ich erst auch. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ich glaube auch. Hier, äh, A erobern. Ey. Fuck. Nein, jetzt bin ich ganz woanders gespawnt. Ich wollte gerade bei dir spawnen. Nein. Das wäre aber trotzdem keine gute Idee gewesen, jetzt zu spawnen. Ja, aber ich hätte immerhin Dings gehabt hier. Oh, oh. Da ist ein Buggy. Den wären wir mal schön getrost. Aua, aua, aua. Aua. Schmerzen. Was ist der denn? Nein, nicht auf mich schießen. Von wo? Ich stehe ganz schlecht. Ich stehe ganz schlecht. Oh, 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 da ist ein Panzer. Da ist einer. Oh, nein. Fuck. Macht denn der Panzer hier und warum schießt er auf mich? Mann, wieder ein Sniper, ey. Komm, ich mach ihn hinten, ihr fucker. Schrecklich, oder? Das ist ja immer noch mit seinem Auto. Ich bin jetzt hier gelandet. Leute, bin ich hier ganz oben auf irgendeinem scheiß Dach, oder was? Ja, genau, das hat er nicht getötet. Alter, ich wollte gerade schon sagen, Junge. Ob er dich gemessert? Nein, 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 alles cool. Das ist ja mega mies. Was sind denn alles für Bobscheiße? So, komm. Aua. Boah, willst du mich ver... Was ist denn das für ein Cheater, dieser Cyber-Villion? Der kann mich mal im Arsch lecken, ey. Gibt's Vote Kick? Boah, jetzt hab ich hier aber gerockt gerade mal ne Runde, ey. Non-Nonna beendet Pete's Meets Kill-Serie von 5. Das zinesig doch gerne. Boah, ein Schock. Boah, wieder dieser Little Bird. Ist das ein behinderter Motherfucker, ey. Ohne Scheiß. Jay steht voll auf den. Geht der mir auf den Piss? Lucky Noob, weißt du? Und dann ist da noch einer, der die Leute als Noob beleidigt, wenn sie ihn abschießen. Ja, genau. Weißt du? Da könnt ihr ja schon direkt einmal draufschlagen auf solche Wichser. Und noch nachtreten und aufspucken. Peter, lass mir das deren Ding. Na so halb. Mir ging's gar nicht gut. Wieso kann ich den nicht mit Ehr anpingen? Scheiße. Nein. Nein. Scheiße, da hab ich einen mit der Smart weggeballert. Oh Mann, ey. Bei E sind die ganz krass. Ja, mit der... Wir sollen ja auch da. Bei E. Au, 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 au. Au, Gott, 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 Gott. Jetzt nehmen sie uns gerade aber alles weg. Das bin ich nicht in Ordnung. Na, ist gut. Das ist mal der Zähne. Der Zähne mich nicht gemessert hat. Wut? Ich weiß, das Geld wie du warst. Ich sehe nicht mehr sein. Was ist das? Wo kann ich denn da hoch? Ah, so. Oh, du warst. Zwei Gegner. Leckt mich am Arsch. Erstmal das Haus ausnehmen. Da war noch einer. Der ist tot. Drei Leute in einem Haus. Leute, traut ihr euch nicht. Einfach drauf. Gute bis tot. Und töten. Ich hab den nicht gesehen. Jetzt stehen die da beide wie so... ...beangsthaft. Boah, jetzt hier. Welcome to the Mall. Na, Peter, kannst du das singen, das Lied? Aber ich entscheide mich dagegen. Wieso denn nicht? Du bist doch auch wie... Wie heißt die nochmal? Robin Sparkles, ne? Robin Sparkles, ja. Oh ja. Peter ist genauso. Peter hat auch früher... Na, Peter hat auch früher immer gerne gesungen. Ja, als ich 16 war, war ich im Team. Peter war bei der Mini-Playback-Show, warst du da, oder? Naja, aber da wollte ich gerne hin. Wolltest du da echt immer hin? Ja, da wollte ich echt hin. Mit welchem Lied? Wie war der nochmal? Oh, 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 oh. Wieso werde ich denn jetzt hier beschossen? Britney Spears oder sowas? Nee, 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 ähm. Ach, Fitness-Best-Gerbauter noch nicht, als ich da hinwollte, da war ich noch so klein. Ich weiß nicht, ob ihr da... Oh, ja, genau! Backstreet Boys. Ich hab's leider vergessen. Ach, du willst dich noch nicht aus? Wolltest da wahrscheinlich schon Justin Bieber-Lieder tanzen. Zehn Jahre, bevor der den gibt. Oder 15 Jahre, oder was auch immer. Kommt, Jungens, ich will mal... Also, irgendwie seid ihr gerade... Scheiße. Irgendwie bist du gerade tot, oder? Irgendwie wollte ich gerade die Fresse aufreißen. Das hat nicht geklappt. Aber du bist auch tot. Und das alleine ist schon schön gelobt. Ach, Peter, ich muss wiederbelebt und du? Ich nicht. Oh, hab ich gute Team-Hälfte? Oh, sei es fliegt! Ja, ich flieg mit. Flieg auch mit. Wie der Panzer sich überhaupt nicht für uns interessiert. Aua. Ja, ich mach mal ein Abkommierbar. Retzen. Retzen weg! Retzen weg! Retzen weg! Oh, oh! Vicky, Vicky! Oh, da ist ja noch einer! Nicht! Aua! Scheiße! Fick! Alter, das ist jetzt voll die verkehrte Welt. Wir haben die Punkte bei euch in der Nähe und ihr habt die Punkte bei uns in der Nähe. Ja, das stimmt. Oh, das ist doch schön. Da kommt, lässt mich dahin. Was kann ich nicht? Da, jetzt kommt mit Bogo. Geradimo! Lol. Da wurde ich nicht im Ernst gerade gesnipert, oder? Was ist denn das für eine Scheiße? Und wo ist hier ein fucking... Alter, ich will D! Das Scheiß-Gegner-Woll. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Oh, schade, neulich Peter. Würde ich ja gerne nochmal ein bisschen bumsen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das wollen viele Menschen auf dieser Welt. Meistens, äh, 60-jährige Männer, oder? Was ist denn, wann stehst du schon wieder auf dem Dach um den Wollkopf? Das ist voll lustig. Ja, das ist doch voll nützlich für das Team. Nein, ich verteidige ja alle Punkte, wobei D! gerade ein... Ich muss sagen, Peter, 4.500 Punkte, ey. Ich muss die mal ein bisschen ansteigern, damit die mal was reißt. Hab ich so das Gefühl. Ach, was machst du denn? Ja? Ach, scheiße. Gerade war ich doch vor dir so ein Scheiß. Also, wenn ich die Fresse aufreiße, dann nur, wenn ich's kann. Ja, das stimmt. Ist ja wohl normal. Voll normal. Voll normal. Oh. Kann das deine CB erobern wohl gerade? Ich war gerade dabei, aber bin nicht erfolgreich. Das Gefühl, seid ihr jetzt noch da, oder nicht? Irgendwie muss ich irgendwie immer Leute retzen. Das Gefühl ist noch irgendwie jemand. Ich frag mich nur, wo? Wer bist du denn? Leute! Alter. Sind wir hier schon wieder Teamk... Alter. Alter. Jeder Gegner ist ein böser Gegner. Äh, Quatsch. Jeder Teammate ist gerade auch ein Gegner bei mir. Das ist noch mit AR oberen. Gib Kette. Ja. Alter. Boah. Ey, ich bin, ich bin gerade doch... Alter, schon wieder der Little Bird. Ohne Scheiß jetzt. Boah, ist das ein Bröder. Boah, Spacken. Alles gut. Versucht die ganze Zeit B zu erobern, aber die spawnen hier alle die Spaß. Diese Ficknudel hat 53,4. Was? Das ist nur das Team am Mobben hier. Geht der mir auf den Sack. Die Regen sich da... Der regt sich auch noch auf. Ohne Scheiß. Ich hasse ihn. Ist das ein E-Mail? Wieso treffe ich denn nicht? War geil. Ich muss dich, glaube ich, auch eine Runde anstacheln. Kann das sein. Warum? Warum? Warte mal, warte mal. Wir müssen ja noch mal aktualisieren. Ah, schade, Peter. Deine Punkte sind ja auch nicht so pralle. Scheiße. Was ein Battle hier. Ich will ja nicht sagen, dass ich bei mir Platz 1 bin, aber der Cybervillian ist einfach ein blöder Motherfucker. Mann, scheiße gekümmt. Oh, Jay, die Punkte sind jetzt aber nicht so pralle. Zehn Punkte Vorsprung bei Taker Taker Dicke zeigen, ey. Was sagst du, Peter, wo soll man hin? Er hat doch hier markiert eigentlich. Scheiße, wieso erobert ihr denn jetzt gerade alle? Oh, jetzt wurde ich weggesnipert. Nein, jetzt hat Jay wieder Möglichkeiten. Jetzt hat Jay wieder Möglichkeiten. Hier, der erobern. Juhu. Das ist echt cool. Einer von unseren Snipern ist ganz oben auf dem Dach. Und da kann ich ja immer runterspringen. Wenn ich bei ihm spawnen. Das sieht ziemlich cool aus. Ja, guck, also bringen so ein Sniper. Warum, der doppelt für Team? Ja, nur fürs Let's Play, weil es cool aussieht, wenn du runterspringst. Mit Falsch hier. Alter. Na, Scheiße. Wir sind irgendwo Gegner, ohne Scheiß. Naja, egal. Da, aus. Ich hab halt wieder so ne kleine Low-Time, leider. Ich muss sagen, du bist ja auch im Leggen besser, was die KD angeht, ne? Generell im Leggen, das soll wirklich sein. Ja, kann ja auch sein. Ist ja auch nicht schlimm, du bist ja auch im Leggen mehr gezockt. No, no. Das ist umso lustiger, wenn ich dich rape. Ich glaub nämlich, ich bin eher dein Nebis, das ist halt hier. Ich hab mir alle Punkte, die wir gerade mühwürdig eingenommen haben. Boah, und dann wieder. Ja, das ist ne verdammt gute Frage. Wir haben noch einen. 5 Punkte hatten wir gerade. Mist, red's mich doch. Loy, jetzt haben wir plötzlich alle und ihr Zeh nicht mehr. Alles klar. Kann ja auch hinnehmen. Ja, ich nimm's ja einmal Zeh ein und dann verlieren alle anderen Punkte. Oder irgendwo einer. Was ist der denn? Ein bisschen Angst. Ich glaube, es ist auch ein Konzert. No! Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kommt du da mit der Fettel in die Umgeke? Komm her, wir wollen Zeh oberen. Go, go. Go, Zeh, go, Zeh. Eiko, tot. So, erstmal A eingenommen, ja. Sehr gut. Alter, wie viele Sniper da sind. Ne, ne, ne. Da guck ich nicht raus. Muss man Banaten werfen. Oh Mann, wie ich schlecht geschossen hab. Ich werd noch abgeschossen hier. Wieso werd ich denn noch geschossen? Boah, ich schieße immer auf meine Teammates. Gut, dass kein Friendly Fire an ist. Fuck. Und so. Ah, fuck. 6% Leben. Scheiße. Boah, Peter, ey. Du hast jetzt aber einen dicken Vorsprung. So dick ist der nicht. Ah, so dick wie dein Penis ungefähr. Aber der ist auch nicht so dick. Markkomm, hat gelebt er mich denn dann wieder? Den Tank haben wir auf jeden Fall schon mal entfernt. Irgendwo sind bei A noch Leute... Da ist er noch. Noll. Mist. Shit, 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 lead it. Und Sepp richtig mitspielt, ey. Dann kommt der auch mal richtig ran mit den Punkten. Oh, lol. Nein, jetzt hab ich RU-Einsatz gestartet. Dann verstehst du hier auf dem fucking Dach. Ich bin hier gespawnt. Ich hab mal einen gekillt. Dann werden wir jetzt mal irgendwelche Leute bomben bei E. Laufen denn alle hier mit? Komm, Peter, komm mal zu E. Ich hab ne Überraschung für dich. Nein, zu E geh ich jetzt nicht. Wieso denn nicht? Ich hab hier gerade andere Pläne. Ja, da sind auch ein paar unterwegs. Was? Was? Okay, Peter, du scheiß... Ah, Ding. Peter sagt, oh, hallo. Hab's ich gesehen. Komm raus. Oh, da kommt Panzer. Oh, lol, lol. Ich kann, ich kann was gegen Panzer machen. Du kannst was gegen Panzer machen. Vielleicht solltest du dann zu E gehen, Peter. Da bin ich mich... Du musst allerdings Panzer treffen. Und dann kann ich was gegen Panzer machen. So. Komm, lass mal hier jetzt Eva da erobern. Keiner da. Oh, Panzerkampf und Fechte. Tut mir ja leid. Oh, Peter. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, Mama. Oh, jetzt kamen sie da auf einmal alle angerandet. Wo bist du denn, Peter? Weil ich war bei B. Du warst bei B. Da geh ich doch mal Richtung B. B wird schon wieder eingenommen, Sip. Oh, 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 schon wieder ein Panzer. Oh, hallo, Sip. Oh, hallo, Sip. Oh mein Gott, dieses Boah, ich bin bei dir so scheiße. Geil. Also ich komme mit dem Panzer nicht durch. Alter, oh. Okay, wir den anderen Weg. Scheiße. Nein, mit dem Panzer können wir nicht da lang. Das war Dreh. In drei Kehrtwenden. Drehen, so wie wir es in der Faschule gelernt haben. Und natürlich nicht irgendwelche Trümmer aufmitten. Alter, der klatscht da eine Granate genau von meiner Nase auf. Klatschen, Mulsat. Klatschen. Klatschen. Leut, Panzer. Stirb. Stirb. Unfähig. Unfähig. Oh, fuck, ich idiot. Wann bist du denn? Der ist weg. Fuck. Der Panzer ist... Lol. What the fuck? Der ist weg. Ist da auch noch irgendwo einer. Der Sniper. Am Arsch. Was ist denn der andere Panzer? Alter, das darf doch nicht wahr sein. So, weg mit dir. So, ich will CB erobern eigentlich. Scheiße, schon wieder Panzer? Nein, das habe ich auch nicht getroffen. Fail. Also, ich kriege nichts mehr geschissen hier gerade. Kampf und fähig. Jetzt aber schnell raus. Oh, Fahrzeug zerstört. Dadadada. Dadadada. Miau. Hey, ich übernehme gerade B. Peter, wo bist du? Du Arsch. Das war es so viel. Nee, 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 nee. Ich bin falsch gespawnt, immerweise. Okay. Oh, okay. Ich muss hier raus. Fuck. Hat mich einer der Panzer-Mongos rausgeschossen. Und zwar hart. Aber trotzdem wäre erobert. Scheiße. Ich muss sagen, wir haben leider verloren. Auf lange Zeit gesehen. Also, die 50 Tickets, die wir noch haben. Aber ihr die besseren. Sinn. Ja, und Sinn. Ja, ist so normal, wenn man mich als Erstplatzierten da im Team hat. Kann ja da nichts heißen für das Team. Fuck. Go, 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 go. Gib, 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 küsst. Ich will nur Punkte haben. Ja. Oh. Aua. So, Peter. Äh, ich muss dich, glaube ich, nochmal anstachen. Fährt mir immer gerade so ein. Ja, in der Tat. Echt? Ach, Peter. Leute. Also, ich hab ihn nicht gesehen. Shit. Komm. Ohne Scheiß. So, hier wieder in der D-Spawn. Wo seid ihr? Bei B. B. Shit. Wieso seid ihr denn bei B? Ich bin bei D. Bei D-Fill. Toll, als man einnehmen muss. Quatsch. Voll nicht. Ach. Mann. Shit. Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. So, haben wir, Peter. Haben wir. Achtung, ich hab wieder so, ich bin nicht ertrinkgeschwind. Oh, Leute, ich hab Sepp geschossen. Lol, dann war der da mies am Camp unter der Brücke oder was? Nö, ich bin eigentlich da gerade gespawnt und dann runtergejumpt und hab's verschissen. Kann man so sagen. Man, habt Spaß und spielt fair. Ja, natürlich tun wir das. Danke fürs Wiederbeleben. Sechs, fünf Punkte noch. Komm, ich will doch irgendwie Peter einmal mitnehmen oder Sepp. Wäre doch mal ein schönes Ziel. Ah, nein, nicht selber sterben. Ah, Vater. Ich glaube, ich war der letzte Kill. Scheiße. Giant Team hat verloren. Nein. Ah, nein. Scheiße, Peter hat mich doch überholt. Nein. Ach ja. Ja, okay. Peter hat ein bisschen Lack, muss ich sagen. Ach, deine Mutter hat so ein bisschen Lack. Allerdings nicht mit dir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, definitiv. Ähm, war richtig cool. Macht auf jeden Fall Spaß und das wird bestimmt nochmal irgendwann wiederholt. Hau rein, Leute. Ciao. Tschö.